Zum zweiten Bundesligaspiel zwischen Teuro Dernfeld-Kirchen und unserer Heimmannschaft Dreiburg-Rosbach bedanken, der will mich vorab von den ganzen Sponsoren, die sich überall da hängen, ohne Sponsoren geht es nicht, dann begrüßen mich den Hans hinten, den ehemaligen Bürgermeister, den Bittbauer Hans, der hat geschaut, dass wir die Halle da so sauber beieinander haben, wenn wir es gegründet haben, dann kommen unsere Gäste aus Völdkirchen, die starten mit Schurian Andreas, an Philadelphia Benjamin, an Weiß Thomas, an Mark Alvons, und Ersatzspieler Strich Hülle. Ja, da gehören wir zu unserer Mannschaft, die starten wie folgt, mit Bart Martin, an Schoja und Arbett, an Uwe Stegger Kali, bei unserem Hauptmann Bernhard Kahl und Ersatzspieler Bruno Domenik 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 Prüff Brüff Produktion admits höll manuscript gold Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.